Da sind welche, wir sollten wegrennen, oder? Nein, was? Das sind doch unsere! Achso, oh! Was ist denn hier? Hier liegen die irgendwo rum! Ich dachte wir müssen gegen alles! Da liegen sie! Nie mehr Sachen auf den Boden legen, du Genie! Weil die können da reinbaggen! Also dann kann ich's nicht mehr aufheben, so! Hast du jetzt? Ja, eigentlich wollte ich noch ein Funkgerät! Ja, du hast kein Funkgerät, ich hab zwei Funkgeräte! Ich hab 1, 2, 8er, 3, 4, 3er, ich hab OMP-Magazine und ne Karte und ne Kompass! Hab ich ein GPS? Ja super, ich weiß wo wir sind! Wegen der scheiß Gruppenmarkierung! So! Geh einfach mal zuhören, sag einfach mal Hallo! Warte, warte, wie ging das nochmal? Wir sollten uns gegen den Squad anschließen, oder so, aber ich... ...weiß nicht! Nein, hä? WTF! Also, wir können uns entweder auf jeden Fall verstecken... Ja, wir haben keinen Sani, das ist das Problem! Vielleicht können wir einen Sani vom anderen Team klauen! Ja, lass mal fragen! Ja, wer braucht keinen Sani mehr! So, äh... Warte mal, wir müssen uns irgendwie aufteilen eigentlich! Man, ich mag das als Pilot und es geht jetzt schon nicht! Ey, warum... Warum sollten wir uns aufteilen? Sie gibt... Hat doch Lerder immer gesagt! Wir sollen auf die 4 Squats oder 3 Squats aufteilen! Achso, das meinst du! Also, ich... Da muss ich auf Show... Auf X-Settings... Ne... Ich geh zu groß! Was, auf X-Settings?! Show Team Status, so! Also, ich geh auf jeden Fall zu groß! Grasslayer weg tun, lol! Hä? Wie meinte der... Meinte der das mit... Meinte der das wirklich auf die Squats aufteilen? Ja! Keine Ahnung! Ich geh mal einfach hier rüber! So! WTF, so, was ist hier los? Gibt es Verletzte? Bei dem müsste ich richtig sein, oder? Nein, gibt's gleich einen Verletzten! Ich geb dir gleich Blitz! Hallo! Gehört Skyhound überhaupt zu uns? Skyhound? Ja, ja, der gehört zu uns! Ohne so... Weil er der einzige ohne so'n geilen Skin ist! Ja, das ist, ähm... Weil der, ähm... Sturmgewehrschütze ist! Ich weiß nicht warum! Also... Hallo! 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 Was ist denn ein VS-17-Marker? Äh... Ich glaub für... Irgendwie so... Das ist die Frage, wer sich wo aufteilt! Ähm, Mike, hast du wenigstens ein Radio? Warte mal! Irgendwie... Skyhound antworten! Ich hoffe mir schon! Also, wieder Server und... Oder hörst du den? Ich hab Map und GPS! Äh... Jan... Das hörst du, okay? Äh... Hey! Feuer frei! So, ich muss mich gegen einen Squad anschließen! Wer ist denn hier zu drin? Okay, so gross! Ja, dann lass doch... Lass doch einfach hier bleiben alle! Ja, da sind wir drei Piloten hier! Ja, warum nicht? Ja, ist doch egal! Scheiß drauf! Ja, hab ich wenigstens ne Brille, ne coole! Ich hab einen Suppressor! Ja, nein, aber ich denk mal... Ich... Uh! Suppressor! Bringt gar nix! Ach, scheiße, ich hab keinen Crypt! Okay, egal! Oh! Das ist es! Okay! Da guck ich mir mal Jan an! Oh Gott, ich nehm das sogar noch auf! Hallo! Tatsächlich, du googles! Jaaa! 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 Du bist ein Asiat! Ach, was! Ich meinte schon! Ich meinte schon! Ey, auf auf mein Geert zuzugreifen, Lukas! Hör auf! Ey, lass den komm! Ey, jetzt nicht auf den Sack! Hör auf! Lukas! Wir klauen mich nicht! Wir klauen mich nicht! Hör auf dann! Hör auf mit der Blöde! Leute, können wir jetzt ernsthaft spielen, kommt Leute! Hör mal aufhören! Hör mal aufhören! Hör mal aufhören! Hör mal aufhören! Jaaa! Hat man jetzt ran! So! Okay... Das Quad ist ein bisschen übertrieben groß jetzt, oder? Jaaa! Jaaa! Wie viel... Wie viele alte seid ihr denn hier? Ich geh zu Mike! Dann seid ihr hier vier und die S... Jaaa! Dann geh zu Mike! Ich bleib bei Ghost! Hallo Ghost! Warte, 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 warte! Ah, bleib mal hier! Was für ein Team bist du eigentlich? Bist du jetzt, äh, äh, äh... Kilo! Ja, nein, aber bist du jetzt ein Briten, ein Amerikaner, ein Tscheche? Ich bin ein Briten! Okay, weil ich sollte eh Briten sein laut der Erde, also gut! Ja, zwei seit Treten! Ja, hallo, Brita! Ja, hallo, Brita! Would you like a cup of tea? Ahhhh! 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 Ja, britischer Teele! Tee-Time ist schon vorbei! Tee-Time ist vorbei, seitdem der Madden abgestürzt ist, also! Der Tee-Time ist vorbei! Okay, ich war in Afghanistan, mitten im Borderlands-Berecht! Tee-Time! Und dann kommen so Kellner, auf einmal kommen so Kellner mit Fallschirmen runter! Tee-Time! 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 Und dann kommt die britische Tee-Falls in den Jets! Tee-Time! Tee-Time! Hey liverp! Olaf! Lud! Tee-Time! Wo sind die denn alles? Tee-Time! Morgens! Tee-Time! Morgens! Ja, hat mir der doch mal gesagt! Ich hab eigentlich gar keine Uhr, alsouu! Es heisst, wenn ich jemandem tötet? Tee-Time! Bleib stehen, Christoph. Ja, auf auf mein Geert zuzugreifen! Nein, ich sehe deine Map... Ach so. Ich kann auf deine Map zuzugreifen. Wer ist eigentlich schon durch 1.0? Keine Ahnung, auf auf meine Map zuzugreifen. Bleib mal kurz hier, danke. Und ich hab sogar Map-Sachen. Ich halt bei ihm dran. Oh Alter, hast du gerade ausgeschaut, wir sind an den Blasen, hör auf. Wie kann ich meine Map-Tools drehen? Kopieren-Karte. Äh, kein Ding ist mit Shift-K oder so war das. Leul, ich hab deine Karte kopiert, wie geil. Wer ist 1-1-L? Keine Ahnung, wo soll 1-1-L sein? Leul, warum hab ich jetzt einen Windfall? Und auf der Straße. Stimmt, das läuft eigentlich leer da mal. Alter, hört mal stehen, ich will fremde Karte zugreifen. Da hinten stehen auch zwei. Hör auf auf fremde Karten zuzugreifen, das sieht langsam echt pervers. Ich hab nicht mal Nachtsicht, ich hab ne Phosphorgranate, wer will Phosphor schmecken? Ich mach mal ein Rucksack, scheiße. Ne, darf ich da noch Rucksack haben? Ne, das ist mir die Rucksack. Gebt da Rucksack her! Ich töte dich! Leer, 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 Leer. Ich töte dich. Er sucht den Käse. Echt, Alter, Alter. Das war Human. Oh ne, wieso gehen eigentlich auch alle direkt da rein, ich versteh das nicht. Was für mich herankommt. Das ist nämlich Frack, Alter, das gibt's nicht. Da drin steht ein Panzer oder so ne Kacke. Der alte Human hat's getroffen, ich könnte ihn wegziehen. Positiv, Moment. Negativ, da kommen wir nicht ran. Achso, da ist er scheiße, ne. Ich kann, ich kann Granaten werfen, Moment. Soll ich eine Phosphorgranate werfen? Ich kann eine Phosphorgranate in die Base reinwerfen. Zur Verwirrung. Soll ich? Matze? Mach das jetzt. Deckung! Zu mir herankommen, wenn ihr kriecht und mich dann rausziehen. Aber da drin steht irgendwo so ein fucking Panzer. Dann soll ich Human holen. Den kriegst du nicht. Wir haben eine Rucksack. Scheiße. Scheiße. 20 Squad Mitglieder kämpfen um ihr Leben. Hey, da bin ich wieder. Ja, der holt uns hier raus. Scheiße. Hilfe. Ja, wir sind da. Human, du wirst schon wieder. Hilfe. Hallo, Medic. Komm sofort, Ben. Human. Human. Hier hinten. Human. Ja, ich bin da bei Leatherman. Ja, hier ist schon aber ganz viel Zeug. Ja, hier ist schon aber ganz viel Zeug. Dann nimmst mit. Ich gucke mich gerade um unser Team liegt. Hallo? Ja, ich glaube ich habe eine Pugel gefangen. Ja. Du mein, hörst du mich? Hast du ein Medikit? Nein, habe ich nicht mehr. Wer hat ein Medikit? Ich habe keins. Dann gib mir eins, dann kann ich dir helfen. Ach ja, äh. Gib Jan mal Medikit. Ich weiß, wie ihr es noch mit oder gemerkt habt. Dann gib mir einen neuen Panzer. Ja. Mach mal. Hallo. Hab ich doch. Ich muss auf deine Seite. Hab ich doch. Du hast aber nicht auf die geflückt. Ja, ich bin mit dir. Unterstrollen. Und, äh, ich bin hier so ein bisschen... ... im Boden. Da, noch Morphium. Hallo. Gib mir erstmal ein Medikit. Hab ich doch schon. Gut, warte, dann muss ich mir gleich selbst eins geben. Rettet mich. Liegen, liegen da noch mehr Medikits? Da liegen noch zwei Stück jetzt. Du hast drei. Wer auch immer hier rumläuft, helft mir. Gibt's nur den Leuten, die am wichtigsten sind. Mats, ich komme ja. Hallo. Ja, Lehrer, man kriegt eins erst wichtig. Ja, ich bin am Leben. Was? Ja, warte kurz. Ich himm mich gerade selber. WTF? Was zur Hölle? Warum seien hier noch Feinde? Ich dachte, ich wäre alles sicher. Ja, wo sind die? Habt ihr die getötet? Ich weiß nicht. Ich lag hier gerade bei 10 Minuten oder so rum. Und, äh, weiß nicht. Ich hab am Anfang... Ah, sind wir nicht gut. Wir retten und haben euch gerettet. Ja. Ich kann's ihm erlauben. Hast du gebrochene Beine? Äh, komischerweise hab ich jetzt wieder weg. Ne. Nein, gut. Leute, das Gute ist. Die Fahrzeuge funktionieren. Okay. Hier liegt einer. Hier, das Matic-Fahrzeug hat noch zwei Medi-Kits. Das ist ein Bot hat ja... ...hat ein Rutschrack. Das geht mir gerade auf die Entteilung. Seht nochmal Deckung. Ah, hier hinten? Hier, die zwei Verletzten. Schnell, 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 schnell. Hier ist... Ja, Matic-Panzer. 4 Minuten 53. Ey, Leute! Hier ist noch 11 Epi und alles drin im... Hier ist noch. Ähm, was ist richtig viel? Medi-Kitschrack. Medi-Panzer drin. Hier. Der ist Medi. Er will... Er will das bei mir nicht öffnen. Ich... Wir haben hier hinter dem Zell zwei Verletzte und bräuchten noch Sani-Unterstützung. Ja! Komm her! Jetzt warte mal! Wir brauchen einen Medi-Kir. First Locks. Deine erste Laki, der liegt schon länger. Oder Laki? Ja, ist noch was. Keine Bandage mehr. Ich brauche Bandage-Kits. Der steht auf der Trage. Hey, what the heck! Nimm dich. Passt du sie? Okay, gut. Das passt jetzt los. Kannst du dich hinlegen? Läuer! Wie das aussieht! Egal, wir tragen ihn jetzt so heim. Ja. Ich war am Bank, Bank, Bank. Bank, Bank, Bank. Ist der Verletzte noch am... äh... äh... Brustlos? Nein. Ey... Patrick, wo zum Teufel sei der lang gelaufen? Ich hab gedacht, das geht Richtung Giallo. Okay. Jetzt zuhören. Ja, wir anscheinend. Das ist... Scherner muss nur ausgeschnitten und auch nicht... Wir fahren jetzt zurück. Wir fahren... Seit wann gibt's in Scherner Russen Fluss? Jetzt alle mal Schnauze! Schnauze! Nein! Kannst du mal aufhören mit was zu trinken? Und Labal kannst du mal einsteigen? Okay. Okay.